So Freunde, ich habe beide Tode von Willi. Was? Wo ist mein Bett? Wo ist mein Bett? Und mein Bett, wo ist das? Das wurde dir aufgenommen. Das ist auch da drin. Alles ist in der Kiste. Alles ist in der Kiste. Hey, wer hat das abgefackelt? Hey! Oh mein Gott, dein ganzes Ding brennt. Das ist Trimax, du 80. Komm her. Hey, geh mal weg. Hey, komm jetzt hierher. Was ist denn? Du hast mein Haus abgebrannt. Du hast mich im Soundcheck getötet. Ich habe zwei Tode. Ich schwöre sogar auf alles, dass ich hier das kriege. Roat, gib mir TNT. Fabo, gib mir dein Full Equipment. Was? Gib mir dein TNT Flugzeugbomber. Digger, was kann man... Ey, ich schwörs dir sogar. Das ist ja komplett am Brenn, Alter. Warum denkt ihr, dass ich TNT Flugzeugbomber habe? Was macht der, Digger? Oha. Trimax, ich verspreche dir eins. So wie ich hier sitze, du kannst mich jetzt killen, ne? Aber ich werde bis 7 Uhr früh streamen. Und ich werde dir alles wegnehmen, was du hast. Oha, er hat dich gefickt, Willi. Willi, hast du einen Trimax gekillt? Er ist das Haus, jetzt noch... Was willst du von mir? Was willst du von mir? Dass du aufhörst, war so komisch. Mach, ich bin die, ich bin die Person getuldig schlechthin. Wenn du mehr Geld hast, kannst du dir alles... So Willi, 2-2. Nein, 2-2, ich sag dir eins. Und wenn ich das nicht mache... Hier, kriegst du einen Quarz wieder an dein Tintensack und alles. Wenn ich das nicht mache, lass ich mich von jedem hier im Stream ankacken und anspucken. Ich werde dir alles wegnehmen. Du hast mich zweimal getötet, ich hab dich zweimal getötet. Völlig grundlos. Ne, ne, du wirst sehen.